Die Welt der Neuerscheinungen und ich bin dafür da, diese zu testen. Viel Spaß mit dem Video und lasst doch gerne ein Abo da. Einen wunderschönen, meine sehnlosen Fleischstückchen. Wieder eine Neuerscheinung. Galaxy Burger, damit dann auch mal alien-technisch richtig abgeht. Keine Ahnung, was ich erzähle. Neues Spiel, wir gehen rein. Burger Joint eröffnen. What the actually fuck? Reguläre Schicht. Merkur. Ein neuer Kunde ist angekommen. Morgen, Bestellung annehmen. Oh, du bist der neue Koch, wunderbar. Ja, ja, ja. Ich hab mir an ihr Urlaub genommen und du wirst an meiner Stelle arbeiten. Sehr gerne, Chefkoch. Übrigens mach mir einen einfachen Burger, Brötchen und Frikadelle, medium rare. Lass unten einen Herd, grille darauf ein Patty und ein Brötchen. Sobald du den Burger gemacht hast, lege ihn auf das automatische Tablett und gib mir die Bestellung. Okay. Frikadelle. Wie macht man Medium? Ich frage für einen Freund, nicht, dass ich das nicht kann. Ähm, ja. Das ist ja wieder eins meiner Games, was ich absolut liebe. Also ich merke das richtig. Habe ich richtig Bock drauf. Das ist richtig geil. Ähm, ich packe das jetzt einfach mal hier drauf. Und guck mal, was er sagt. Oh. Ich möchte dazu nichts sagen. Ich möchte auch nichts dazu lesen. Das war nämlich gekonnt und auch bewusst provoziert, weil ich wusste natürlich schon alles. Okay? Super, dass du so zufrieden bist, mein Schatz. Bäh. Ich mach Burger, ja. Ich mach keine Pizza. Möchte genau das. Kriegen wir hin. Also. Ähm. Wenn wir jetzt gar nichts getoastet haben. Perfekt. Dann machen wir direkt mal zwei Friegos. Weil eine muss länger. Äh, der Käse. Kann man den da drauf packen? Oder macht man den danach da drauf? Aha, wir kriegen das schon hin. Also einer muss gut durchgebraten sein. Und einer ist Medium. Das heißt, wir haben ein bisschen was zu warten. Ihr erzählt euch jetzt mal fantastische Dinge über mich. Ich streame auch auf Twitch. Twitch.tv slash hersehenlos. Und wenn ihr das hier pushen wollt, macht ihr einfach ein Abo oder auch ein Kommentar und ein Daumen hoch. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich liebe doch mein Leben. Dass ich sowas spielen darf. Das ist so toll. So toll. So. Und du bist jetzt so. Dann machen wir zwei Essiggurken drauf. Ja, so. Dann den Käse, Digga. Und ein bisschen Ketchup. So. Wie sieht's aus, Bro? Gut, oder? Ich geb dir das nach. Durch geht's auf. Auf. Evo-Stellung ist fertig. Ich muss überprüfen, ob alles korrekt zusammengestellt wurde. 93 Prozent. Ja, es ist okay. Man kann auch mal einen schlechten Tag am Erd haben, ne? Danke für dein Miauzen. Guter Ort. Tolles Essen. Dankeschön. Ich lese das extra vor, weil ihr seht es nicht unbedingt morgen. Ey, ich hoffe, sie machen die Burger nicht Pizza. Irgendwie habe ich das schon mal gehört. Okay, ich möchte genau das bestellen. Okay, gar kein Problem. Machen wir. Also. Ähm. So. Getoastet. Getoastet. Du möchtest kein Fleisch? Das ist schon ein bisschen eklig. Um ehrlich zu sein. Aber gut. Jeder, wie er will. Bitte. Ihre Stellung ist fertig. Ich muss überprüfen, ob alles korrekt zusammengestellt wurde. 88 Prozent. Wir werden immer besser. Schlechter. Naja. ISS ist fantastisch. Du bist fantastisch, meine Muschi. Sehr gut. Okay. Wir können einen Cheeseburger machen. Wir machen einen normalen Burger. Der erste Arbeitstag ist nun beendet. Vielen herzlichen Dank. Burger. Machen wir. Ganz normaler Burger. So wie er schmecken soll. Habe ich zwei untere Bands genommen? Ich möchte nichts hören. Das war doch einfach. Rezept pur. Burger. Ketchup gehört auch dazu. Okay. Gut, dass wir nochmal nachgelesen haben, ne? Sonst wären wir voll im Arsch. Yay. Ketchup. Bitte schön, Sir. Die Überstellung ist fertig. Weiter. 100 Prozent. Alter, leck mich doch am Arsch. Ja, ich weiß. Also, künstlerisch sowie auch geschmacklich bin ich sehr begabt. Ja, ich bediene alle Außerirdischen. Ach, das ist doch die Reihenfolge, wie man das machen soll. Okay, hab verstanden. Also, unteres Bannen, oberes Bannen. Wir können schon mal zwei Frikos machen. Die sollen beide Medium sein. So, der untere Bannen ist schon mal ready. Da kommt da ein bisschen Käse. Kann ich den Käse hier drauf machen? Ui. Da stehe. Das ist gut. Das ist geil. Zack. So, dann kommt das erste Bannen da drauf. Ach, Fleisch. Halt dein Maul. So, so, so. Zwei Tomaten. Und das obere Brötchen. Der sieht geil aus. Würde ich essen, bin ich ehrlich. Also, ich würde den essen. Und was sagst du? 91 Prozent. Mein Gott. Ja, ich muss den Laden einfach erweitern schon. Ich merke, das wird laufen. Das wird einfach laufen. Also, scheiß auf. Hallo, Sir. Ist hier der einzige auf dem Planeten. Ja, wir werden aber bald expandieren. Einfacher Burger. Gar kein Problem. Oh. Falscher Knopf. Hier. 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 Medium Burger. Schmecken so gut. Schmecken so gut. Denn ich möchte da auch meine Seife dran auspressen. und Giraffen. Und Giraffen. Affen. Schäden. Halsköpfe. Zerpressen. Vergessen. Was mache ich denn die ganze Zeit? Leute, ich bin wirklich dankbar, dass ich hier sitzen darf für euch und euch die Videos präsentieren darf. Es erfüllt mein Leben. Entschuldigung. Hier, bitte. Ihre Bestellung ist fertig. 100%. Oh mein Gott. OMG. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Jetzt wechseln wir mal den Planeten. Wir haben 45 Katzen-Dollar-Plus gemacht. Ist doch geil. Wir gehen jetzt zur Venus. Kann ich die kaufen? Die haben nicht genug Geld. Wir gehen nicht zum nächsten. Wir gehen nochmal zurück. Morgen. Einmal ein Cheeseburger und ein Burger. Burger. Okay. Alright. Also gehen wir zum Herd. Gucken einmal in das Rezept. Burger. Okay. Wir fangen mit dem Burger an. Und ich möchte kein Ketchup, ne? Mal eben kurz nachgucken. In jedem Zustand. Frikadelle, Ketchup. Okay. An mit der Scheiße. Können wir eigentlich schon mal ein bisschen mehr Buns hier machen. zack, zack, zack. So, dann brauchen wir nochmal ein unteres gleich. Ähm. Gucken nochmal rein. Das ist einfach nur eine Frikadelle drauf damit. Alright. Oberes brauchen wir gleich auch noch. Was mache ich eigentlich hier gerade? Ich wollte doch ein oberes nehmen. Nur wie kann man so reinscheißen eigentlich wie ich? Naja. So, Nummer 1 ist fertig. Bitteschön. Und dann der Cheeseburger. Der ist auch ganz easy, denke ich. Ähm. Da machen wir auch ein unteres. Haben wir schon. Da kommt schönes Fleisch drauf. Ne? Da kommt der Käse. Hm. Ich weiß nicht, ob ich Bock auf Burger. Ha. Ist das wundervoll hier. Ja, du kannst mich mal verpissen. Und da er ja kein Ketchup will, war es das jetzt auch schon. Da, 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 da. Können Sie bauen. Ich hoffe, Ihnen wird es schmecken. Sie sind so wunderschön. Ihr Bestellung ist fertig. Oh ja. Guten Appetit. ein neuer Kunde. Ich muss nachher etwas essen. Ich bin in der großen Stimmung. Der Laden ist fantastisch. Ich bin so froh, dass ich hier reingekommen bin. Also meine Bestellung ist ein veganer Burger. Ungerne, aber okay. Jeder, wie er mag. Ich meine, wer seinen Burger-Bun mit Ketchup, Essig, Gurke und oberes Bun essen möchte, sehr gerne. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt, aber gut. Hier ist ihr veganer Burger, Sir. Und wir geben mal ab. 100 Prozent. Ja, vegane Sachen kann ich. Also. Zweifel. Hier bedient. Bestellung annehmen. Euer Laden ist der einzige hier auf dem Planeten. Ja, ich weiß. Du möchtest einen Cheeseburger. Gar kein Problem. Ist wirklich gar kein Problem. Zack. 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 Was habe ich getan? Verpiss dich. So. Wir werden noch immer schneller. Wir bräuchten mal einen neuen Herd, der ein bisschen mehr ballert. Also dieses, so ein rohes Stück Fleisch würde ich ja auch essen. Aber dieses langsame Warten auf das Medium geht mir tierisch auf die Eier. Katzisch auf die Eier. So. Ja, ich hoffe, ihm wird es schmecken, Sir. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ist der Ketchup drauf? Oder kannst du erst das Huhn? Nee. So. Wunderschön. Bitteschön. Ich hoffe, ihm wird es munnen. Mein kleines Robo-Kätzchen. Hundertprozent, Junge. Das ist so geisteskrank wie in jedem Spiel, was ich erreiche. Ah. So. Der letzte Kunde für heute. Drei von vier sind bedient. Hey, ich hoffe, sie machen den Burger nicht. Pizza. Halt dein Maul. Äh, Cheeseburger, kein Käse. Und ein Burger. Okay. Ähm, gar kein Problem. Machen wir doch klapp. Das heißt, du möchtest eigentlich auch keinen Cheeseburger, nur einen Burger. Das heißt, du kriegst zweimal eigentlich einen Burger. Sag mal, willst du mich verarschen? Das sollte es sein, oder? Ich gucke es mal nicht nach. Wir machen so auf Risiko. Das ist... Jo, Bestellung ist fertig. Ja, easy. Wussten wir doch alle. Großartig. Wird alles gefallen. Danke. Okay. Ja, aber Tag 3 ist nur beendet. Wir haben 52. Gesamtgewinn sind 52. Wo ist eigentlich unser ganzes Geld? Ich habe eine Frage, aber wir gucken mal, ob wir jetzt den Planeten wechseln können. Ja, können wir. Wir sind jetzt auf der Venus. Geil. Ein neuer Kunde ist angekommen. Hallo, Chefkoch. Oh, Fritteuse. Sehr geil. Oh, Pommes und Zwiebelringe. Oh, liebe ich ja, ne? Also in echt. So. Leg einfach die Pommes und die Zwiebel in das Öl für eine Weile. Okay. Schön. Aber mal ganz im Ernst. Irgendwie ist das ein sehr cozy Game, was mir doch ein bisschen gefällt. Das kann man so mal daddeln, wenn man Ranzrat dazu guckt. Wenn er dann halt wieder liegt, den Shootern. Oh. Würde ich schon verstehen. Hier, bitteschön. Lassen Sie es sich... Schmecken. Ja, easy. Okay, alright. So. Oh, guten Morgen. Bitte. Euer Laden ist der einzige auf diesem Planeten. Als wenn ich das schon mal gehört habe heute. Also meine Bestellung ist... Einmal Zwiebelringe. Einmal Pommes. Machen wir ihnen zuerst. Da ist kein Problem. Ist auch gar nicht laut oder so. Oberes Brötchen, unteres Brötchen gepostet. Dann gibt es... Käse soll da gleich noch drauf. Und Zwiebeln. Wenn ich da irgendwie drankomme. Und ein Ei. Machen wir da glaube ich danach. Bitteschön. So, das ist fertig. Das ist fertig. Das ist soweit fertig. Es gibt noch ein leckeres Spiegeleibrow. Geil. Also so. Da kommt das Ei. Da kommt die Onions. Spiegeleibrow könnte ich jetzt auch wieder essen. Bin ich ehrlich. Liebe Eier. Das war's. So. Bitteschön. Dann noch den Zwiebel oben drauf. Und dann haben wir hier einen superschönen Burger für sie, meine Dame. Und damit... Ähm... Ja. Würde ich sagen. Ja. 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 Die Stellung ist fertig. Ja. Ist alles wert. Ja. Ja. 99%. Wofür... Was habe ich denn verkackt für den 1%? Machen Sie doch mal Ihre Krawatte weg. Ja. Ja. Als Trinkgeld. Wir kriegen Trinkgeld. Ey. Geil. Ach hier ist unser Geld. Okay. Ja. Ja. Ich muss einfach etwas essen. Ein Eierburger. Gar kein Problem. Machen wir ihn sofort. Also untere Brötchen jetzt für obere. Dann kommt einfach ein dickes fettes Ei da drauf. Ähm... Ja. Die Zwiebeln können wir auch schon mal schön anbraten. Sehr schön. Ketchup haben wir hier. Ach ja. Mein Leben. Bitteschön. Dann kommt erstmal der Ketchup. Nicht verwechseln. Ne. Das ist immer ganz wichtig. So. Dann kommt das. Und das. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen, sapschicken Burger. Weil das ist ja auch sehr wichtig. Schickes Outfit, by the way. Verehren Sie mich bald wieder. 100%. Junge. Ich bin aber auch ein Gott. Ja. Danke für die 2 Dollar Trinkgeld. Ja. Was darf für Sie sein? Ja. Ich muss... Halt dein Maul. Wirklich. Halt dein Maul. Nehmen Sie eine Bestellung auf. Ein Cheeseburger. Also einfach nur ein... Was ist denn mit denen? Also es ist... Ich möchte einen Cheeseburger, aber ohne Käse und Ketchup. Also einfach nur ein Burger. Ich liebe Menschen. Menschen. Außerirdische. Spiel kostet glaube ich irgendwas um die 6 Euro oder sowas. Wer auf Cosi Games spielt, steht, bedient euch. So. Bitteschön. 100% wieder erreicht. Meine Damen und Herren. Danke für das Trinkgeld. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst was zu tun ist. Ich versuche wirklich hier euch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Einfach, dass ihr im Bett gerade chillt und dann so ein bisschen den dummen Idioten hier gucken könnt. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend. Und bis zum nächsten Video. Denkt dran, immer Mittwochs und Sonntags. Neuerscheinungen. Andere Videos kommen auch. Aber das sind meistens Twitch Highlights. Die kommen zwischendurch. Wie es halt passt. Dankeschön. Euer Herr Senus. Bye. Bis zum nächsten Mal.